So, ja Leute, wir warten noch immer auf diesen einen Schnellzug da. Ich vlogge ein bisschen mal. Wir haben hier ein paar Flaschen gefunden. Ich zeige es euch mal. Wir haben ein paar Flaschen gefunden, die so ganz, ganz viele Flaschen, so Restmüll, so ganzes Zeug, was nicht verrottet. Und deswegen Red Bull Dosen und so ganzes Zeug. Wir haben dabei Sachen gesammelt. Da liegt auch noch was. Eine Dose. Ah, scheiß Dreck. Aber die Nerf sind keine Müll. Ja, die Nerf, die sind keine Müll. Die haben wir einfach zum Zocken ein bisschen hergetan. Leute, bis gleich, wenn er schnell zukommt.